Ich bin Crossbase und ihr seht den 3er Abgriff. Deine Wunschmelodie sieht eher futuremäßig aus als nach deiner Wunschmelodie. Herbert Windisch, aber sie glauben mir es nicht. Auf jeden Fall hart am Start vorm Fenster, würde ich sagen. Aber das Fenster ist für ihn closed. Oh, das sieht fett aus. Die Purple Fireball. Ja geil, wollen wir doch mal schauen. Dick. Favorit auf jeden Fall. Also die ist auf jeden Fall grad so Favorit. Ich glaube, das wird schwierig. Ganz schön voll, ne? Ja, viel zu viel. Das ist ein bisschen too much eigentlich. Schauen wir mal, was der gute Herbert hier ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist zu hart auf jeden Fall. Das weiß ich direkt. Ich würde, glaube ich, tatsächlich bei der bleiben. Ja, dick. Ja, dick. Ja, dick. Zum Samplen habe ich genommen Christoph Willibald Gluck, ein reigend seliger Geister aus Orpheus und Eurydike. Ja, was ich geil an dem Sample finde. Ich kann es auch mal kurz einspielen. Auf jeden Fall. Die Frauenstimmen so, der Chor. Vor allen Dingen, wenn man das halt auf Reverse sampelt, dann kann es auf jeden Fall einen krassen Effekt haben. Und kann eine Art Fläche geben, auf die man jetzt rhythmisch nicht so direkt irgendwie angebunden ist. Oder die halt so ein bisschen Möglichkeiten lässt. Ja, das fand ich geil an dem Sample. Und ja, wir können das fertige Ding auch nochmal hören. Nun nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020